Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir mal zusammen Leckerlis für die Degus machen. Beziehungsweise ich zeige euch das, wie ihr das machen könnt und ihr könnt es danach machen. Ich habe das Rezept von Freunden auf Instagram gesehen und wir brauchen 50 Gramm Leinensamen, 120 Gramm Wasser, ungefähr 30 Gramm Walnüsse, die man auch dann klein machen muss, wenn ihr ja so Ganze nehmt, dann noch 30 Gramm Mandeln und ungefähr 50 Gramm Sonnenblumenkerne. Ihr müsst dann das Wasser mit den Leinensamen aufkochen und das dabei immer gut umrühren. Irgendwann wird es dann so ein bisschen so eine klebrigere Konsistenz, wie jetzt in dem Video, und dann ist es eigentlich fertig. Und dann könnt ihr einfach die ganzen anderen Zutaten dazu packen und gut durchmischen. Den Herd solltet ihr dann schon runterstellen, damit das nicht anbrennt und immer noch gut verrühren. Und die Masse, die ihr dann habt, könnt ihr einfach auf dem Blech verteilen. Ich hatte jetzt nichts drunter. Ich denke, ihr solltet da irgendwie Backpapier oder irgendwas drunter machen, auf jeden Fall. Das Ganze geht dann ungefähr für eine Völlstunde bei 120 Grad Umluft in den Ofen. Zumindest stand das im Rezept, aber ich muss das auch wesentlich länger drin lassen. Ihr müsst da einfach mal ein bisschen gucken, dass die Ecken nicht verbrennen und dass es innen drin aber schon hart wird. Das muss halt nachher wirklich wie so ein Cracker oder irgendwas hart sein. Und wenn es dann hart ist, dann könnt ihr es rausnehmen. Wenn es an der Ecke irgendwie verbrannt ist, dann brecht das einfach weg oder schneidet es weg. Und ja, dann könnt ihr das eigentlich nach Belieben klein machen und den Degus geben. Natürlich muss es dafür erstmal abgekühlt sein. Bei mir, weil es am Blech festgekippt war, sah das dann alles ein bisschen komisch aus. Aber wo es dann abgekühlt war, musste ich es wenigstens nicht mehr brechen. Das war dann quasi schon klein und dann habe ich den Degus mal was gegeben davon. Natürlich erstmal nur kleine Stücken. Ja, und was soll ich sagen? Das sind ja alles Dickmacher, was wir da reingetan haben. Das sind alles eigentlich Sachen, die die Degus eher selten sollten, weil es halt eben Dickmacher sind. Und ja, die Degus stehen natürlich da voll drauf. Das ist halt so, als würden wir uns ein Stück Schokolade genehmigen. Und es ist halt wirklich gut angekommen. Und ich habe die jetzt alle in so eine Tupper reingemacht. Und bis jetzt, also die halten sich bis jetzt auch echt lange. Ich hatte gehört, dass sie sich nicht so lange halten sollen. Und dann bei der einen schimmelig geworden sind. Aber bei mir halten die sich jetzt wirklich schon einen Monat oder so. Also wenn ihr die ordentlich gut durchgebacken habt und die dann gut in den Boxen lagert, sollten die sich auch halten. Macht aber auch erstmal nicht zu viel. Also die Masse fand ich jetzt auch schon fast ein bisschen viel, weil die halt wirklich nur ein bisschen immer haben sollen, die Degus davon. Aber wie gesagt, es kam sehr gut an. Also könnt ihr es auch mal ausprobieren. Im nächsten Video geht es mal um die komischen Flecken an Aprils Ohr. Und wir schauen uns mal an, was es damit auf sich hat. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!